Also ich hoffe, die schmeckt ja ein Frühstück und dass du ausblenden kannst, dass Daffetiere gestorben sind. Käse? Käse kommt von der Kuh. Du weißt bestimmt, dass es genauso schlimm ist. Ähm, Elias? Boah, ich esse doch nur Nüsse. Wer soll denn darin gelitten haben? Die Vögel oder was? Ich wollte doch nur fragen, ob ich auch ein paar Nüsse haben darf. Oh, ja, klar. Hier, bitte.